herzlich willkommen zurück zu einem neuen tag in minecraft da rennen wir halt als erstes mal gegen die wand weil ja das macht man immer so bumm hier immer zack und hier an die wand bevor man irgendwo reingeht mache ich zuhause auch immer so klar ich wollte mir mal kurz hier habe ich die dusche ja hundchen du bist du auch da habe ich hier ach das sind hellgraue oder das sind weiße das ist aber nicht so schön das heißt wenn das hellgraue sind ich habe gerade mal einen weg schnell da haben wir ein feuer drunter wo habe ich das ding da hellgraue teppich ok hellgrauer teppich drum will ich gar keinen hellgrauen teppich ich habe mich jetzt schon entschieden ich wollte doch in der letzten folge glaube ich teppich waren hellgrauen für den tisch aber ich glaube ich will doch keine hellgrauen weil der in diesem texture pack mir nicht gefällt ganz einfach wir haben teppich für den tisch ach so wir haben kein ich wollte so 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 ja und bald da ist es drin lede lede und wie viel lede haben wir denn da acht stücke hat das geht nicht wir brauchen deutlich mehr ich nehme mal die vier schwarzeiche alt wir brauchen deutlich mehr stücke dann klatschen wir die mal hier außen rum mit gedrückter maustaste außen rum ziehen da teilen sie sich schön auf 1 2 ich habe da oben 4 5 6 7 das war natürlich ja jetzt aber alles lede aufgebraucht richtig richtig verschwenderisch nur um ein paar stuhllehnen zu machen man wir sind einfach nicht im creative da ist das alles deutlich einfacher wir haben keinen weizen wir haben keinen weizen warum nicht dann müssen wir mal weizen pflücken gehen das nehmen wir auch mit das habe ich das letzte mal schon gesagt das müssten wir öfter mal ab holz äh ab ernten hier wenn wir gerade deswegen sind draußen auch einfach immer mal wieder wenn das gewachsen ist mal ab abschneiden das zuckerrohr 14 stücke jawohl ja hundchen hund komm katz komm katz haben wir noch keine nur hund komm so geht das und hallo ach so so geht es eben nicht ich brauche schon den samen dazu um den wieder jetzt habe ich gerade gedacht ich klopfe hier die karotten rein das hat jetzt gerade so ausgeguckt als wenn da weil das unten so leicht bräunlich ist am ansatz hatte ich schon die befürchtung dass das karotten sind aber dem ist nicht so zum glück jetzt geht der hund auch noch baden naja gut der ist jetzt lange zeit saß der da bei den oh ich hab nicht genügend platz im inventar um allen weizen aufzusammeln jetzt setzt sich der da hin kartoffeln sollen wir die auch mal abernten dann machen wir mal einen erntetag heute ich schmeiß mal schnell hier den weizen da hoch hier wird auch schon langsam ziemlich voll hier alles karotten da kann ich ja die karotten wieder daher tun sowieso jetzt wird das auch noch dunkel oder boah was das wie das knallt da schlafen wir doch erstmal eine runde geschlafen haben wir schon lange nicht mehr ach ja schon fertig hier habe ich das hier gar nicht ab geklopft oder ist das schön gewachsen ich weiß es nicht ich renne hier rum wie ihr wisst schon ziemlich bekloppt jedenfalls dann nehmen wir mal hier ein paar kartoffelchen raus zack 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 ja geh auf die seite und wieder rein mit dem zeug hier sonst setzt du dich da wieder so ja ich habe doch gewusst dass du dich widersetzt wenn ich dich versehentlich anklicke ist da was reingefallen nein okay dann hauen wir als nächstes die karotten ab gut wir könnten das alles auch automatisieren da wäre mal eine kleine bastelarbeit die wir machen könnten aber die felder sind ja jetzt nicht so riesig und ich finde es nicht so schlimm die mal von ihrer hand hier schnell abzuenden dann bringen wir die kartoffeln weg die hauen wir da rein sollen wir die mal brutzeln ich würde aber gerne nur kann man die teilen ich glaube das kann man auch irgendwie ich würde gerne nur die hälfte brutzeln was man dann brauchen ist der weizen den brauchen wir für die kühe ein paar schöne ofenkartoffeln anrichten hier 8 16 24 so komm mit mein freund gehen wir gehen wir dann sparen wir das fahrgeld ich setze dich dann wieder hier zu den zu den scharfen kuh schwein noch ein schwein baby schwein schwarze kuh und eine braune kuh ein paar schafe können wir auch noch züchten kuh hallo kuh haben wir hier kuh und kuh gibt baby kuh wunderbar schaf 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 hier stehen alle um mich herum das klappt auch nur mit nein doch das klappt auch mit kühn die mal her kuh und kuh karotte karotte Haben wir noch eins. Ein Schaf. Komm her. Du willst zwar was fressen, aber... Nicht poppen. Wo kommt man da hin? Hier ein schwebendes Schwein. Ach da, guck her. Das war jetzt wieder Essensverschwendung. Da sind noch mehr Schweine gewesen, ich weiß das hier. Schaf. Schaf. Guck mal. Schau mal, lecker Futter. Schau mal hierher. Schaf. Schaf. Hallo Schaf. Hallo. Na komm. Ja. Und du? Alle mir nach. Immer schön mir nach. Hierher. So, prima. Dann hierzu. Hierzu. Halt. Zu, habe ich gesagt. Wo ist das Schaf? Du? Und? Du? Nein. Du? Okay. Du vielleicht? Nein. Du? Und? Du? Ja. Was gibt denn das für Schafe? Das gibt dann graue, gell? Mit euch zwei. Sehr schön. Ja, Hund, ich würde dich gerne auch bei der offenen Tür rauslassen, aber du hast ja immer keinen Bock, gell? Hallo Schwein. Komm. Komm mal hierher. Komm mal hierher zu Papi. Ja. 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 Dafür kriegst du auch eine Karotte. Hier. Ist von euch hier einer willig, ein Karötchen zu essen? Nee. Ist aber schade. Dann eben nicht. Hm. Das ist jetzt schade, ich habe für dich keinen Partner. Sorry. Auf jeden Fall haben wir hier oben die, jetzt leidet denn unser Lava verloren. Es tut mir etwas leid, wenn ich ehrlich bin. Aber so ist das. Ich, Hündchen, komm mal her zu mir. Und? Sitz. Braver Hund. Ah. Wunderbar. Wie schaut's denn mit dir eigentlich aus? Are you hungry? Nee. Du. Du. Halt, es gibt noch ein... ein XP-Pünktchen. Wenn ich mir nicht irre, hatte ich da mal Hühner drin, oder? Dachte ich jedenfalls. Aber, entweder sind die verreckt. Aus welchen Gründen auch immer. Verhungert vielleicht. Oder... Die sind geflüchtet. Und es ist hier roher Lachs und roher Fisch. Aha. Also Lachs ist kein Fisch. Ich habe Tischwolle. Ich habe... Das brauche ich. Okay, für den Tisch auch noch das Zeug. Ich weiß nicht, ob ich an der Seite, was ich da rein mache. Gemälde. Wie macht man denn orange? Orange, orange haben wir was... Wir haben sechs orange... Tulpen. Wir haben Wolle. Wenn ich... Okay, jetzt habe ich einen orangenen Farbstoff. Ich lasse mal die Druckplatten da, damit ich da wieder ein Slot freikrieg. Ich würde gerne... Eine orange Wolle. Es ist eine Wahnsinnsausbeute. Es gibt also nur eine Wolle für... Naja, komm. Wir machen... Fünf. Dann kriegen wir... Neun Teppiche. Die weiße Wolle lassen wir da. Wir haben jetzt orangene Teppich. Und... Wie würde das... Blau, weiß... Hm. Rot. Ach, ich... Ich weiß nicht, ob ich roten Boden möchte. Ich probiere es aus. Ne, unser Bett ist auch nicht so knallig. Rot, das hat eher so ein dunkleres Rot. Ich nehme es orange. Ich mache es anders. Ich schlafe die Runde. Ach ja. Und beende. Die Folge kurz nach unserem Aufstehen hier. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir gehen das nächste Mal hoch in unseren Turm. Und machen noch ein bisschen Inneneinrichtung. Ich glaube nicht, dass wir es wieder schaffen werden, den Baum zu pflanzen. Aber ich will mal auf alle Fälle die Inneneinrichtung weiter vorantreiben. Und wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Bis dann. Vielen Dank.